Berlin, Tag und Nacht, Köln 50667 aus Programm gestrichen. Am Tag der Deutschen Einheit streicht RTL seine Dauerbrunner Köln 50667 und Berlin, Tag und Nacht. Aus dem Programm, Facebook Berlin, Tag Nacht. Jetzt heißt es stark sein, liebe Köln 50667 und Berlin, Tag Nacht Fans, eure beiden. Lieblingssendungen werden aus dem RTL 2 Programm gestrichen. Seit 2011 bzw. 2013 laufen Berlin, Tag und Nacht und Köln 50667. Lückenlos bei RTL 2. Für viele sind die beiden. Vorabendserien rot im Terminkalender anschmarkert. Doch nun müssen wir Fans dennoch ein klitzekleines. Bisschen länger auf neue Geschichten rund um Joe, Miller, Marc, Jule und Co. Punkt warten, denn der Sender streicht die beiden Formate am Montag aus seinem TV-Programm. Köln 50667 und Berlin, Tag und Nacht, Ausfall an Pfingstmontag. Der Grund dürfte auf der Hand liegen. Wie andere Sender auch setzt RTL 2 an Pfingstmontag auf ein besonderes Programm. Ab 16.20 Uhr wird ein Viererpack von Extrem Sauber, Pust Teufel im Messie-Kaos ausgestrahlt. Bevor es um 22.15 Uhr mit Pop-Giganten weitergeht. BTN und Köln 50667 laufen dann erst ab Dienstag wieder regulär. Bevor es um 22.15 Uhr mit Pop-Giganten weitergeht. Köln 506 Bevor es um 24 Uhr mit Popp sind Montag